Hier Chat, das ist zum Beispiel auch ein Video gewesen, wo ich gewonnen habe in Chat. Hier. So. Hi. Ich sitze noch hier, wir haben dann ziemlich früh morgens, um genau zu sein. Wir haben 4.45 Uhr. Ich bin jetzt kurz davor, die Trolltunger zu erklimmen. Ich sitze mit meinem Essen, habe noch kurz was gemacht und mache mich langsam, dass ich fertig bin. Ich bin ziemlich früh aufgestanden, ich bin ziemlich fertig. Entschuldigung, bist du voll. Ich habe echt Trolltunger. Zehn Stunden wandern wird das Ganze und der grüne Abschluss wird sein, auf so einer Art Feldspalt zu stehen, die aus dem Berg heraus steht und sozusagen über das Tal blicken zu können. Ich bin das Ganze alleine. Ich bin ein bisschen aufgeregt und jetzt schon. Die Wanderung, Chat, die Wanderung ging 13 Stunden. Sechs Stunden hin, sieben Stunden zurück. So. Ich bin jetzt angekommen, da ist Holzhunger. Beziehungsweise am Parkplatz. Ein bisschen Zeit vergangen, ich bin ein bisschen wacher geworden. Haben Flows Gefühle im Magen gehabt. Da war ich 26. Da war ich an der Parkingmaschine sozusagen und musste zahlen. 100 NOK, also NOK, Nordische Kronen oder so ein Kram. Und das sind für 13 Euro oder so, für 24 Stunden hier. Dummerweise hatte ich die Kohle nicht dabei, beziehungsweise diese Maschine nutzt nur so Coins. Und jetzt bin ich hier und habe nicht bezahlt. Vor allem auf dem Parkplatz sind ganz viele andere Menschen. Ich habe übrigens Ärger bekommen, ein Ticket bekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie 45 Euro zahlen sollen oder so. Ich habe das Geld nicht bezahlt, Chat, und ich habe niemals Post bekommen. Es ist schon alles um 6 Uhr jetzt ungefähr. Es dauert 6 Uhr morgens, glaube ich. Ja, aber ich denke, da muss ich einfach durch. Scheiß drauf. Ähm, das wird eine Wanderung von circa 10 Stunden werden. Okay, okay, okay. Daniel wiederholt sich. Das war wie, da habe ich quasi Oldschool-Videos geschnitten, Chat. Aber es war ziemlich nice, weil man ist da zuerst so den Berg hochgegangen. Gucken wir mal, wie viel Schnee oben wirklich ist. Und dass ich nicht über einbrechenden, zugefrorenen See. Okay. Nee. Guck mal, Chat, Alter, da ist man auf den Berg hochgegangen und dann war plötzlich, man war einfach im fucking Schnee. Egal, wo man war. Das war so geil, Mann. Ich muss zugeben. Das ist verdammt anstrengend. Ich kam gar nicht klar, Chat, das war meine erste Wanderung. Warte. Und das Ding ist halt so, man ging quasi immer weiter und weiter in diesen Schneelandschaften. Und das Hauptproblem war, dass überall unter dem gefrorenen Schnee so ein Flusslauf war. Oder Flussläufe waren. Und deswegen, ich habe es gerade einmal angedeutet. Gelegentlich ist man dann irgendwo draufgetreten und ist quasi in so einen Fluss reingetreten, Alter. Und der war halt natürlich nass. Und dann war dann ganzer scheiß Stiefel nass. Ab. Meine Füße sind komplett nass. Meine Socken sind nass. Und dann ist man, äh, das Schlimmste ist glaube ich hinter mir. Das ist Kappensteigen. Am Arsch, das ist das Schlimmste hinter dir. Ich muss wieder weiter. Das war cool, Chat. Und dann ist man auf so einer riesigen Ebene gewesen. Guck mal. Und es ist so ruhig da gewesen. Es war so geil, Chat. Es war einfach nur in jede Richtung, wie als wenn man auf dem Mond ist oder so. Aber da ist halt überall Schnee. Und das Ding ist so, ihr seht ja, dass ich, äh, neben dem Pfad stehe und weil ich früh morgens losgegangen bin, gegen so 6 Uhr oder so, äh, quasi war da noch alles recht hart. Die Sonne hat noch nicht den Schnee angetaut. Aber als ich zurückgelaufen bin, hat der ganze scheiß Schnee getaut. Und dann quasi konnte man nicht mehr auf dem Eis laufen, sondern durch das Eis. So. Nächste Hürde genommen. Und zwar, ähm, ich bin da gekommen. Und, äh. Das war übel der scheiß Aufstieg, Chat. Man musste auf allen Vieren das Eis hochklettern. Richtig nice. Okay, warte. Ich spure ein bisschen vor, okay. So. War ich da schon da? Ah ne, da hab ich ne Pause gemacht. Da hab ich ne Pause gemacht. Ah, hier. Da war ich dann da. Das sind Armer, die Leute so schnell aus der Puste sind. So. 800 Meter. Krieg ich hin. Okay. Gerade eben angek... Das ist übrigens die Tolltung, Chat. Diese, 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 diese Felsspalte. Richtig, richtig cool. Und weil ich so früh losgegangen bin, Chat, war ich auch relativ alleine da. Komm, beziehungsweise das ganze gerade eben. Of course, ja. I'm talking down for a sec. And, äh, well. I've met my, my, my Canadian friends here. They were a little bit faster than me. Actually, a lot faster than me. Und Chat, falls ihr mich nicht kennt, Alter. Wenn ich unterwegs bin, quatsch ich mit alles und jeden, Alter. Ich liebe es, mit fremden Leuten zu quatschen, Alter. Ich hab mit allen da gequatscht, Chat. Jeder, der da war, wurde von mir angesprochen. Ich bin ein Spieler hier und, äh, ja. Thanks. Thanks for giving me the tempo, I guess. No problem. And, can we give directions on your first hike? Yeah. Thank you. To a beautiful, beautiful location. It is beautiful, yeah. You can't, okay. You can't beat that. Alright. Okay. Chat, wenn du, wenn du wandern gehst, wenn du, wenn du irgendwo sechs, sieben Stunden irgendwo wandern gehst, ja, und du dann irgendwo an, an so'n, an so'n, keine Ahnung, so'n Stein oder so bist, Chat, Alter, dann ist das komplett in Ordnung, da mit den Leuten zu reden, Alter. Die haben die ganze Wanderung hinter sich, die sind alle relativ redefreudig. Und, äh, ja, ich werde gleich mal da vorne auf den Schlangen gehen, halt das Gefühl. Nochmal mit der Gaupau diesmal. Einfach nur, um das Gefühl zu bekommen, wie das da vorne drauf geht. Meine Fresse. Was hier das? Da war's kalt, aber... Übrigens, wir campen auch noch hoffen als andere Leute. Und antworten, ist ganz schön was los. Also, dass wir irgendwo in der Mitte, inmitten irgendwo sind. Irgendwie ist ziemlich, äh, ziemlich scheiße. Ziemlich viele Leute haben hier ziemlich viel Müll hinterlassen. Ziemlich respektlos ist. Das stimmt wirklich, Chat, Alter. Die Wichser, Alter. Die haben da teilweise so Grillkohl hochgeschleppt. Haben dann die Grillkohle, äh, Packungen einfach da hingeworfen. Und überall lag Müll. Ich hab Müll zurückgenommen. Jeder, der da war, hat Müll mitgenommen. Teilweise die Reisegruppen, die da waren, haben Müll mitgenommen. Nur um den Müll von den Idioten, die den da hingeschleppt haben, wieder mit zurückzunehmen. Also, respektloser geht's wirklich nicht. Ich bin in der Natur. Ich werde noch ein bisschen chillen. Gucken, mich ein bisschen regenerieren. Ah, mein Rücken und so weiter. Dann mach ich gleich nochmal den Walk of Death. Ein paar Fotos hab ich schon. Die Zeit ist mehr kommen. Hi. Ich fahr so circa, wer weiß wie viele Kilometer. Bin plötzlich in Norwegen. Ich treffe Marius. Ein wahrscheinlicher Bochumer. Und zufälligerweise komm ich da in der Nähe auch her. Deswegen, äh... Der war so cool, Chat. Der war so cool. Der war so cool. Seht ihr, was ich meine, Chat? Du musst mit allen und jedem quatschen. Und denk dran, das war 2015, Chat. Da gab's keinen Abstand. So, ich zack euch jetzt das, wofür ihr da seid. Get ready. Okay. Abwärts. Falls ihr es nicht wisst, Chat. Oder falls ihr mich noch nie auf einer Messe oder so getroffen habt, Chat. Ich bin auch ein großer Grabbelfan, ja? Kein Scherz. Ich bin ein großer Grabbelfan, Chat. Wenn ich's dürfte, Chat. Ich würd immer meinen Arm um deine Schulter legen. Ich würd dich umarmen. Ich würd dich knuddeln. Ich würd's immer machen, Chat. Ich liebe es, Leute anzufassen, wenn ich mit denen rede. Ist das weird? Ja, ne? Warum? Okay, Chat. Anders formuliert. Wenn ich mit jemandem rede, von dem ich viel halte oder der mir was bedeutet, Chat, dann fass ich die Person gerne an, währenddessen ich mit ihr rede. In einer nicht creepy Art und Weise. Hoffentlich zumindest. So. Nach all den ganzen Scheißstunden hier hinlaufen. So viel Schmerzen. Mein Rücken tut mir immer noch weh. Bin ich jetzt endlich hier. Ich war grad schon drauf und hab schon ganz viele Fotos gemacht. Aber ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall nochmal mit der GoPro drauf. Und einfach nur einfangen, wie das ist, wenn man hier oben hochgeht. Runter guckt. Das ganze Gebiet überblicken kann. Und da vorne fällt Eis runter. Sehr, sehr vertrauenserweckend. So sieht das aus, wenn man auf der Trollhunger ist. Und sich einfach nur umblicken kann. Und überall einfach nur dieses unglaublich geile Gebirge ist. Ich mein, so weit man gucken kann. Einfach nur Felsen und und und. Wenn ich jetzt mit GoPro hier so hingehe. Kann man auch über den Rand gucken, wie tief das da eigentlich runter geht. Ah. Ich wäre tot gewesen, wenn ich runter gefallen wäre. Aber ich bin zuglück nicht runter gefallen. Mit dem Unterschied, dass ich mich nicht so wohl fühle dabei. Und jetzt langsam, dass ich hier wieder zurückgehe. Und auch oft genug jetzt hier drauf war. Hier ist ein Seil, was nichts bringen wird. Da oben warten doch die Leute, dass die Fotos machen können. Und äh. Ist der absolute Hammer hier. Marius hat mir gerade erzählt, dass das wie gesagt hier alles nach und nach schmilzt. Vielleicht sieht das noch irgendwann nicht so frostig hier aus. Sondern sieht dann halt ein bisschen grüner. Und ein bisschen bewachsener aus. Na gut. Ich lege wieder zurück. Ach nehm ich noch auf dabei, komm. Dann sind wir wieder oben. Okay. Das wäre übrigens das ganze Video. Ich habe es gerade wieder miterfahren. Oder wieder miterfahren, Chat. Mal alles durchlebt. Nice Shit, man. Ah. Seht ihr, Chat? Ich hatte schon immer so eine leichte Neigung, dass ich irgendwo hingehen muss, wo ich wandern oder wo ich irgendwas Interessantes erleben darf. Deswegen, Chat, much important. Ich muss unbedingt mal ganz, ganz dringend raus. Irgendwo hinlaufen, wo wenig Menschen sind. Wobei, ganz ehrlich, Chat. Auf dem Rückweg, als ich da war. Also, als ich dann da quasi, ähm, als ich wieder auf dem Rückweg war von der Trolltunger zum Parkplatz. Da kamen mir so viele Leute entgegen. Also, das, was ihr da gesehen habt, das war nur möglich, weil ich morgens um 5 Uhr aufgestanden oder um 4 Uhr aufgestanden bin und um 6 Uhr dann tatsächlich auch den Hike gestartet habe. Hätte ich das später gestartet, Chat, wäre das eine richtige Touristenattraktion gewesen. Also, Chat. Das bedeutet, wenn ihr unterwegs seid und irgendwo hinwandern wollt, Chat, seid euch nicht zu peinlich, sehr, sehr früh morgens aufzustehen mit dem ersten Licht. Es lohnt sich. Alles besser als 1000 Menschen um sich herum zu haben. Finde ich zumindest. Sit. 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 Vielen Dank.